Ich hole mir jetzt mal was zu trinken, ja? Okay, danke. Darf ich bitten? Äh, wieso sollte ich mit jemandem tanzen, der mir nachspioniert und in meiner Unterwäsche rumkramt? Ja, komm, Bruder, kannst du es auch nicht. Bitte? Ja, gut, das ist... Wer kann hier was nicht, hä? Tja, ich tanze halt eher so und ihr alle tanzt so wie wie so. Ja, komm, lass mich mal. Und warum Tango? Weil er mich zwingt, meine Mitte zu finden und aus der Mitte raus mit dem anderen zu tanzen und mich nicht an ihm festzuhalten. Schön. Mhm. Ja. Ja. Hahaha